So, wie versprochen, setzen wir in dieser Folge jetzt, äh, Shilok als erstes mal aufs Töpfchen, bevor sie sich wieder in die Hose macht. Ähm, das wollen wir tunigst vermeiden. Genau, stellen wir deinen Gartensalat ab hier und dann machen wir das nämlich jetzt mal. Sonst kriegen wir nämlich diese drei Level da nie hin, die wir brauchen. Ähm, damit sie lernt, aufs Töpfchen. Was ist denn jetzt wieder? Ah, Leute, ey. Wenn das doch nicht so oft passieren würde. Warum? Was war jetzt wieder das Problem? Was war das Problem? Jetzt geht's doch, oder? Muss man nicht verstehen, Leute, man muss es nicht verstehen. Ähm, genau, danach kann sie die Scheiße mal aufräumen. Die Kinder sind alle weg in der Schule. Und wir haben jetzt noch einen Tag sturmfrei, in dem wir ein bisschen, ähm, Shiloks Fähigkeiten pushen können, damit wir Shilok möglichst zeitnah auch zum, ähm, Schulkind machen können. Ähm, Anissa ist schwanger, das heißt, dahin haben, in dieser Hinsicht haben wir gerade kein To-Do. So, wir können uns schon mal den nächsten anlachen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir noch einen in der Pipeline hatten. Ich weiß, dass der, ähm, der Trainer, was ist das? Geburtstagseinladung. Alle reden über eine Geburtstagsparty, zu der Shiggy nicht eingeladen ist. Oh, nein. Bisher hatte sie eigentlich gedacht, der Gastgeber wäre ihr Freund. Warum hat sie also keine Einladung bekommen? Soll sie ihren Freund fragen oder nicht? Jo, fragen wir. Nun ja, das ist nicht besonders gut gelaufen. Shiggy hat nur ein Kopfschütteln zur Antwort bekommen und jetzt geht ihr Freund ihr aus dem Weg. Ach, egal, wer braucht schon einen Freund wie diesen, seufzt's. Ja, ich würde mal sagen, das ist kein besonders guter Freund, oder? Aber dann hat sich das zumindest geklärt. Äh, Töpfchenfähigkeit erworben. Ja, aber da fehlt da wahrscheinlich noch einiges, ne? Ja, die starten immer schon auf eins, nur das heißt, eigentlich muss man nur zwei Level machen. Das ist ja eigentlich alles machbar, oder? Es hört sich alles machbar an. Ähm, genau, also ich weiß noch, dass der, ähm, der Fitness-Dude, der Fitness-Trainer, ähm, der hat keinen Bock auf romantische Beziehungen gehabt. Deswegen, ähm, ist daraus nix geworden. Also, Anissa kann das mal grad abräumen. Und, ich glaub, Flash-Karten können wir ihr immer noch nur, ähm, nur das beibringen. Dann, achso, Anissa müsste aber auch mal gerade auf Toilette und duschen. Ich glaub, das kann sie aber, solange Sherlock da drin ist, dann scheißen wir mal da rauf. Ähm. Dann können wir sie danach nochmal so ein Bild malen lassen. So ein abstraktes, da, da hat das Meister-Reack auf jeden Fall ordentlich was gebracht. Äh, ja, von mir aus können die nebenbei auch brabbeln, ist mir egal. Okay, oder auch nicht. Alles klar. So, dann lassen wir das mal ein bisschen vorlaufen. Ähm, genau, also wir haben, glaub ich, noch den, äh, den Fitness-Trainer gehabt, der keinen Bock hatte. Ähm. Ähm, ansonsten müssen wir mal die Beziehung durchschauen. Hier sind natürlich jetzt vorne überall die Kinder. Okay, sie macht sich manchmal so ein bisschen auf den Weg dann, ne? Aber sie bricht die Aktion auf jeden Fall nicht ab, das ist gut. Ähm. Travis. Patrick. Könnte sein, dass er schon, den haben wir wahrscheinlich schon als Vater einer unserer Kinder, oder? Marcel ist, glaub ich, noch offen. Und Don. Bob? Bob? Marcel, Don und Bob. Ähm. Kann man das gerade mal... Boah, wo sieht man nochmal hier? Da war's Travis. Die beiden waren... Joffrey. Ähm. Hier war's Mortimer. Und, okay, nee, dann... Äh. Und das war Axel. Hä, dann sind die... Ach so. Das, was wir gerade kriegen, ist, glaub ich, von Patrick, ne? Okay. Dann ist er nämlich fertig. Marcel, Don... Bob. Manuel? Haben wir von Manuel auch noch keine... Ne, von Manuel haben wir das gerade, oder? Scheiße, ich hab keine Ahnung. Okay, dann warten wir vielleicht einfach ab, was der Stammbaum sagt. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht, von wem das Kind ist. Oder ich muss in den Folgen nochmal gucken. Hm, ja. Das bringt schon... Okay, Kohle, oder? Äh, sie war jetzt nicht duschen. Warum war sie nicht duschen? Oder ist in der Zwischenzeit irgendwas Komisches passiert? Aber ich wüsste nicht. Ähm. Schillok, könnten wir bald schon wieder was Essen rausstellen, bevor die anderen jetzt alle nach Hause kommen? Machen wir das, glaub ich, auch nochmal? Ansonsten... Wer ist das aber? Okay, die kommen auch schon wieder nach Hause. Äh, ja gut. Sie ist natürlich noch nicht so gut in der Schule. Gehört zu den Besten. Die zwei könnten wir echt dann mal fertig machen, ne? Für die beiden ist es langsam Zeit. Die können sich nicht mehr verbessern. Hör auf! Ist das nicht. Ist hier für sie. Äh. Dann isst du das nochmal? Jo, dann stehen sie jetzt alle auch schon wieder vor der Tür. Yay. Ähm. Er ist wütend. Kontrollverlust. Ach, deswegen diesen... Dem Traumkram. Ähm. Schließe einen der Wünsche deines Sims ab. Klicke auf einen anderen Sim und wähle über Ängste reden. Das können wir mit Anissa dann machen. Äh, ich will ihn aber erst noch in der Zocken lassen oder so. Er ist immer so ein bisschen angespannt, wenn er nach Hause kommt. Und sie ist traurig. Och ja, man. Ein Freund weniger wegen Schulereignis. Er braucht all die Freunde. Freundschaft wird überbewertet. Naja, viele braucht man nicht, denke ich. Solange man wenige Gute hat. Aber es ist manchmal halt nicht so leicht zu beurteilen, ne? Ähm. Jo, dann kann sie doch direkt ihre Hausaufgaben machen. Da geht's sonst eigentlich ganz gut. So, und die beiden. Da könnte doch einer vielleicht mal einen Kuchen backen, hm? Okay, du vielleicht eher nicht. Du könntest den Kuchen eher essen. Ach, geh du doch einfach mal ein bisschen Fernsehgucken. Dann einfach ein bisschen Fernsehgucken gehen. Und du backst jetzt deinen eigenen Geburtstagskuchen. Das ist so blöd, dass wir so viel Torte halt dann machen müssen. Aber man kann die ja anders, soweit ich weiß, nicht altern lassen. Also vorzeitig. Ähm. Und das wollen wir natürlich schon machen, ne? Weil sonst... Ich weiß nicht, wie lang werden die denn eigentlich noch? Die werden schon noch... Noch so knapp zwei Wochen. Wären die noch Teenager. Ah, das muss aber nicht unbedingt mehr sein. So, warum guckst du jetzt kein Fernseh? Kein Bock oder was? Sowas gibt's hier? Äh, hier. Sportkanal. Du bist doch hier der Fitness-Dude. Aber ich eigentlich immer noch finde, dass es null zu ihm passt. Aber naja. Er hat auch schon wieder Angst vor der Dunkelheit. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe. Ah, Actionkanal ist vielleicht aber auch okay. Soll er Actionkanal gucken? Shiloh hat fertig gegessen. Könnten wir jetzt schon Penn legen, aber dann... ...stehen die nachts irgendwann auf, ne? Ist auch nicht so toll. Da steht die dann nachts irgendwann auf. Ne. Dann lassen wir sie nochmal ein bisschen... ...Fantasie lernen. Und, ähm... Genau, dann beschleunigen wir das Ganze nochmal ein bisschen. Level 5 der Kochfähigkeit. Und hier ist der Geburtstagskuchen. Mit Chiggy plaudern. Das ist in Ordnung. So. Und dann, wie versprochen... ...ähm... ...machen wir uns jetzt mal dran, dass wir unsere zwei Großen in die... ...ähm... ...ja, in die große weite Welt entlassen. Und fügen... ...Guburtstagskerstin hinzu. Na, kein Bock. Du wirst noch hierbleiben bei Mama. Ist halt einfacher, ne? Aber du kriegst es hin, glaube ich. Also, man muss sagen, ne? Dieser Sam. Du warst bisher... ...mit Abstand das schwierigste Kind. Du warst sehr bockig. Du bist oft sehr hitzköpfig und wütend. Und hast nicht so richtig Bock... ...auf alles, auf irgendwas. Und, ähm... ...brüllst die ganze Zeit Schimpfwörter durch die Gegend. Also, was hat sie nochmal als anderes Merkmal? Chaotin. Ja, besonders ordentlich. Ist auch nicht deine Stärke. Du machst dich über deinen Bruder lustig, weil er immer sauber macht. Grüblerin. Achso, deswegen der Kreativität. Aber... ...an sich bist du doch trotzdem ein glückliches Kind gewesen. Und, ähm... ...ja. Dann würde ich sagen... ...herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du bist jetzt erwachsen. Äh, wir können aber kurz nochmal gucken. ...just to be safe. Hier steht aber... ...irgendwo, dass die Einserschülerin ist. Äh. Es war viel Arbeit nötig. Äh, zu den besten Schülern gehörend. Verteste herausragen. Mit Eins abschließen. Lernmaschine. Ja. Ist genehmigt. Du kannst jetzt älter werden. Jetzt ist er auch schon wieder hitzköpfiger. Als hätte ich es nicht gerade gesagt. Ja, klappt nicht. Kann sie die Kerzen nicht auspusten. So. Jo. Und auch den letzten Trade würfeln wir natürlich wie immer aus. Sie hat, äh, das, ähm... ...zusatzmerkmal verantwortlich auch bekommen. Äh, weil das im grünen Bereich war. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Verantwortliche Sims sind erfolgreicher bei der Arbeit und können Kindern und Teenagern beibringen, verantwortlich zu handeln. Äh, jo. Das ist ja ganz cool, ne? Dann kriegt man dann diese Merkmale vielleicht leichter bei den Kindern hin. Hahaha. Okay. Selbstsicher. Diese Sims neigen dazu, selbstsicher zu sein. Also es passt alles sehr gut zu ihr, muss ich sagen. Äh, wähle ein Bestreben. Sie hat Kreativität. Dann nehmen wir auch irgend sowas. Hier, sie hat jetzt Musik gemacht. Musikalisches Genie ist doch vielleicht nicht so schlecht für sie. Dann kriegt sie hier noch, genau, Grüblerin dazu, wie sie es gerade auch hatte. Ist doch ganz gut. Und sie sieht eigentlich noch genau wie vorher aus. Ähm. Jo. So. Und dann machen wir die Runde auch direkt voll. Denn wie kann denn der eine Zwilling Geburtstag haben? Der andere aber nicht. Du nimmst dir kein Stück Kuchen. Nein! Das ist nicht sein fucking Ernst! Alter, ich geh kotzen. Das ist nicht sein scheiß Ernst. Jetzt muss ich noch einen dreckigen Kuchen backen wegen dir. Oh, das ist doch nicht sein Ernst. Kann ich das wieder da rein? Na, oh Mann, hört doch alle auf, ey! Ihr seid doch alle blöd! Ja. So viel dazu. Dann packen wir halt noch einen Kuchen. Und den stecke ich dir in den schönsten Inventar. Den sollen die mal alle mitnehmen. Ich habe keinen Bock mehr auf Kuchen. Ich kann keinen Schokokuchen mehr sehen. Ich kann aber keine weißen Torne mehr sehen. Oh Mann! Echt! Und der wird auch richtig, richtig unangenehm gerade hier. Der ist auch die ganze Zeit irgendwie sauer. Aber das liegt jetzt hier an seinen, an diesem, an dieser Angst. Die sind jetzt auch alle wieder böse zueinander. Och Mann, ey! Es hätte so ein schöner Abend werden können mit einem Geburtstag. Zwei Geburtstagen auf einmal. Aber nein! Offenbar war dies nicht gewünscht von unseren Kindern. Okay, Anissa hat in der Zeit ein Bild fertig gemalt. Das verkaufen wir auch noch schnell. Und Anissa macht sich dann auch mal was zu essen. Ist für sie an der Zeit. Es wäre doch zu einfach gewesen, wenn wir da jetzt einfach nochmal, ähm, nochmal eine Runde Kerzen hinten draufsetzen können. Es wäre zu einfach gewesen. Kann man nicht erwarten. So, du machst jetzt einen Scheiß noch. Das lässt du auch mal schön da. Dann müssen wir gerade nochmal das Inventar ein bisschen durchforsten. Die sollen nämlich die ganze Scheiße hier lassen. Am besten. So, ja, gut. Das Tagebuch kannst du vielleicht behalten, ne? Ja, die ganzen Schulprojekte und so kannst du mitnehmen. Die Katze behalte ich. Den, das Bauklotzauto hier behalte ich. Hausaufgaben kannst du auch mitnehmen. Brauchst du jetzt nicht mehr. Ja, und die ganzen Basteldinger, die kannst du mitnehmen. Ähm, ja. Komm, setz dich bitte hin. Ehh. Ja, und Shiggy ist die einzige vernünftige und räumt auch. Ja, und dann machen alle durcheinander und Chaos. So ist es. Okay, sie hat zumindest Level 2 erreicht. Das ist gut, aber ich glaube, die würde ich jetzt auch mal langsam in die Kiste schicken. Die ist nämlich auch ganz schön müde. Dann kann ich später weitermachen. Und er macht dann jetzt noch mal Geburtstagskerzen da drauf. Streich. So. Dann können wir nämlich ihn jetzt auch, äh, sich etwas wünschen lassen. Und dann wird auch unser zweiter, dieser Knoss, der, äh, im Prinzip exakt das Gegenstück zu seiner Schwester ist und ein ziemliches Positivbeispiel an, an, ähm, ja, ähm, vernünftigen, netten und, ähm, hilfsbereiten vor allem und ordentlichen Kind ist. Das sind so krasse Gegenstücke, obwohl die Zwillinge sind sonst, ich find's echt, aber sehr gelungen. Ähm, genau, und auch er kann jetzt älter werden und ins Leben entlassen werden, ins Erwachsenensein, ähm, mit allen Freiheiten, aber auch mit allen Pflichten. Alles Gute zum Geburtstag, dieser Knosp. Und, ähm, ja, dann schauen wir mal, was er gleich noch für ein Merkmal kriegt. Lassen wir natürlich auch wieder random ausbüffeln, er hat bisher Spinner und ordentlich. Und kriegt unberechenbar Vianessa. Yay. Und, ähm, genau, er hat auch das Trade verantwortlich bekommen, als bestreben wir nur für ihn. Boah, ich weiß nicht genau, sollen wir Sport nehmen? Ich bin mir nicht sicher, ob's zu ihm passt, ehrlich gesagt, aber... Ich nehm's, glaub ich, mal. So. Und auch er sieht aus wie davor. Es ist komisch, dass die sich so gar nicht verändern vom Teenager zum jungen Erwachsenen, oder? Oder es fällt mir ja nicht auf. Okay, Anissa schmeißt erst mal die Salatschüssel in die Luft. So. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir die ausziehen lassen können. Ähm, Sozialbusiness reisen vielleicht? Haushalt verlassen. Und umziehen. Hört sich korrekt an. Oh, mal ein Snefer. Ja. Äh, schauen wir mal, ob das die richtige Option ist. Ach so, ja. Hätten die eigentlich machen können. Ähm, neuer Haushalt. Jo, die können von mir aus auch zusammen erstmal wohnen, einen anderen Haushalt wählen. Ne, das möchte ich nicht. Ähm, ja. Und zusammen versuchen, weiß ich nicht, im Leben klar zu kommen. Äh, viel Spaß. Möchtest du wirklich fortfahren? Du bist dabei, einen Haushalt ohne Budget zu erstellen. Dein Haushalt kann sich kein neues Grundstück leisten, sich aber einem anderen Haushalt anschließen. Bist du sicher, dass du das möchtest? Seit wann muss man denen denn ein Budget geben? Ja, dann setze ich die einfach irgendwo anders mit rein, oder was? Ja, dann gebe ich den tausend mitteilt. Aber es muss reichen. Ja, es muss reichen. Ich kann eben doch nicht mal, also ich kann doch nicht jedes Mal dann irgendwie Geld von mir da abzwacken. Dann hätte ich ihn noch mitschicken sollen. Scheiße. Dann müssen wir möglichst viele auf einmal schicken, immer. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Naja. Wieso ohne Budget? Achso, weiter. Achso, jetzt muss ich da noch draufklicken. Und jetzt muss ich die irgendwo hinsetzen, oder einziehen lassen, oder umziehen lassen. Oh, es ist anstrengend. Perfekt! Jetzt habe ich ihnen Geld gegeben. Sie können es sich trotzdem nicht leisten. Geil. 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 Äh. Dann ziehen die bei Travis ein. Ja, okay. Ja, viel Spaß. Ich will aber da nicht spielen. Ich will aber da nicht spielen. Hätte ich nicht irgendwie klicken können, dass ich, äh, dass ich bei Vanessa bleibe? Hilfe! Oh mein Gott, ich habe das, das habe ich noch nie gemacht. Welten verwalten, speichern und zu Welten verwalten gehen. Hä, das muss doch irgendwie anders gehen, oder? Kann man nicht einfach sagen, äh, tschüss, geht jetzt? Hier in der Welt sind wir, glaube ich... Was wollt ihr denn von mir? Hier, wo ist meine Familie? Scheiße. Pancakes? Nein. Wo wohnen wir? Hier. Die will ich spielen. Oh, Herrgott. Das war viel stressiger, als ich dachte. Nee, dann muss ich, glaube ich, nochmal irgendwie in den Optionen gucken, ob es da irgendeine andere Möglichkeit gibt. Weil es kann ja nicht sein, dass ich dann jedes Mal da mit denen irgendwie aufs Grundstück muss. Ähm, shoppen, Haushalt. Nee. Reisen, Haushalt ver... Nee, doch, das ist doch richtig, oder? Haushalt verlassen. Und umziehen. Hm. Shoppen ist es nicht. Hier kann man sowas nicht machen, da kann man nur irgendwie andere Leute einladen. Das ist eh Quatsch. Nee. Also sonst würde mir ehrlich gesagt... nichts einfallen, mit welcher Option es noch funktionieren würde. Oder es geht nicht übers Handy, aber über was dann? Über was dann? Aktionen? Nee. Er scheint mir sonst nicht... Oder am PC vielleicht? Am PC? Haushalt. Nö, das sind die selben Optionen. Ähm... Nee. Schreiben? Nein. Comedy? Nein. Spenden? Nein. Web? Erziehungsformen, im Internet surfen, Kunst durchsuchen, lustige Videos, Simpedia recherchieren. Nö. Äh... Notizbuch, Kontakte knüpfen, Bestellung, Verbessern, Programmieren üben. Nein. Ja, dann geht es nicht anders. Das ist ja mega dumm. Okay, also entweder ich bin halt wie immer zu doof. Nicht so unwahrscheinlich, muss ich ja immer nochmal dazu sagen. Nein. Oder das ist die einzige Option, die wir haben. Scheiße, jetzt habe ich den Kuchen doch hier gelassen. Kacke. Ähm... Was irgendwie nicht so geil ist. Ist irgendwie nicht so geil. Also, als ob ich Bock habe, das jedes Mal zu machen. So. Du, mein Freund, hast noch keine Hausaufgaben gemacht. Und du... Äh... Ja, der könnte mir auch mal wieder was Richtiges zu essen geben, ne? Das ist irgendwie nicht so geil als Option. Boah, dann muss ich das aber... Muss ich das offscreen machen. Das ist... Reißt dann immer so ein bisschen raus, ne? Das reißt dann immer so ein bisschen raus. Hm. Ähm... Naja, mal schauen. Schauen wir mal, wie wir es machen. Ähm... Auf jeden Fall. Ja. So sieht es jetzt aus. Wir sind wieder vier Leute im Haushalt. Man muss ja auch dazu sagen, dass natürlich je mehr Leute wir waren, ist zwar ganz schön, dann irgendwie so eine große Familie da zu haben. Aber... Ähm... Man ist dann natürlich ein bisschen beschränkt mit Anissa, wenn sie schwanger ist, wie viele Kinder sie bekommen kann, ne? Weil man kann ja auch, äh, Zwillinge und Drillinge kriegen. Und jetzt, wo wir sechs Personen waren, hätten natürlich maximal zwei noch dazukommen können, weil die Haushalte bei Sims ja immer auf acht begrenzt sind. Ähm... Und, äh, das ist natürlich so ein bisschen blöd. Ich möchte es schon gern, äh, dem Zufall Zufall überlassen. Also, so wie es halt dann wirklich gewesen wäre, wenn alle möglichen, ähm, Plätze noch frei gewesen wären. Und deswegen sind wir jetzt mit vier wieder ein bisschen besser dran, weil wir jetzt wieder vier Plätze frei haben. Ich weiß gar nicht, ob Vierlinge gehen, ehrlich gesagt. Aber wenn, dann sind sie bestimmt extrem unwahrscheinlich. Aber selbst die könnten wir ja noch kriegen. Äh, bei fünf Lingen, also da würde ich, glaube ich, aussteigen. Da, da würde ich dann, das ist der Moment im Let's Play, wo ich sage, Leute, ohne mich, das könnt ihr dann ohne mich weitermachen. Da bin ich dann raus, ähm. Glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das aber gibt. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, safe. Ich könnte es eigentlich mal nachgucken. Aber ich weiß es nicht, sicher. Ähm. Genauso, dann können wir den Kram hier jetzt nochmal weglegen. Dann haben wir doch noch den blöden Kuchen. Ähm, das spürt sie auch noch. Oh Mann. So ein nettes Kind. So, dann können sie nämlich auch nochmal kurz aufs Klo, die Hände waschen. So, ja, und dann sind wir wieder zu viert. Drei Kinder sind noch da. Ich würde sagen, dieser Floor schicken wir demnächst auch in die große Weide Welt. Und, ähm, ja, dann beschleunigen wir das Ganze vielleicht wieder mal ein bisschen. Und machen einfach Platz für Neues. Dann haben wir unsere ersten drei Pflanzen-Pokémon erfolgreich aufgezogen. Und können wir den nächsten weitermachen. Ähm. Wir hätten da das kleine Bild hingestellt. Was ist hier das? Kann schon sein, dass sie das war. Nein, dann soll sie halt damit weitermachen. Ähm. Die sind halt noch gar nicht so richtig müde, ne? Ist auch noch relativ früh. Vielleicht könnten wir sie nochmal ein bisschen ein Spiel, ein Schachspiel spielen lassen. Da könnten wir uns vielleicht dazu setzen. Nicht unbedingt mit ihm, ne? Er könnte dann nochmal eine Runde baden gehen. Oder vielleicht erst aufs Klo. Dann baden. Und dann könnten wir mit ihr uns vielleicht dazu setzen, mal. Äh, vorausgesetzt, sie ist hier jetzt schnell genug fertig. Ja, jetzt will er nämlich auch schon ins Bad. Oh Mann, dass das sich immer überlagern muss. Ja, Schach spielen habe ich dir doch gesagt. Nee, das machst du jetzt auch nicht. So, guck, sie geht jetzt. Und dann kannst du baden. Sehr gut. Und du hörst so lange mal auf und gehst auch mitspielen. Dann können sie nämlich ihre Spiele da, die sie für das Bestreben braucht, kriegen. Wenn er damit fertig ist, kann er einfach noch seine Videospielfähigkeit nochmal ein bisschen machen, denke ich. Das könnte er nochmal ein bisschen machen. Er ist ja so ein bisschen... 75 Prozent! Warum hat er damit aufgehört? So ein bisschen... Hä? Hä? Das verstehe ich nicht. Warum steht hier 75 Prozent erledigt? Ist es normal, dass man dann noch wegen den... Weil die Zusatzaufgaben noch offen sind? Eigentlich... Aber eigentlich... Also, fertig ist fertig, oder? Und wir brauchen noch in einer Fähigkeit Level 3. Um die 1 zu kriegen, wenn ich das richtig sehe. Äh, ja. Ja, er ist nämlich noch zwei Oberschüler. Dann können wir ihn nämlich auch noch gar nicht altern lassen. Wieso sieht man seine blöden Fähigkeiten? Mann, der kann ja echt gar nichts. Ich glaube, dann lasse ich ihn noch ein bisschen programmieren. Programmieren üben. Ähm, vielleicht schafft er davon dann noch das dritte Level heute. Und ja. Dann würde ich sagen, wir enden wir die Folge mit Anissa und Figi, wie sie zusammen Schach spielen. Äh, ich glaube, drei Schachspiele muss sie spielen. Genau, zwei hat sie jetzt anscheinend schon gespielt. Vielleicht zählt das, was sie gerade machen als drittes Spiel. Dann hat sie das auch schon... erledigt. Und jetzt spielen sie auch im Dunkeln weiter. Perfekt. Und dann können wir ihr vielleicht auch noch irgendwann bei Zeit mal was vorlesen. Ich würde sagen, sie schicken wir dann auch gleich ins Bett. Ähm, er darf noch ein bisschen programmieren üben. Anissa ist auch müde. Die können beide nach dem Spiel dann schlafen gehen. Ähm, das spulen wir vielleicht gerade noch mal ein bisschen vor. Ich weiß nicht, ob das eine Aktion ist, die... Ja, die ist irgendwann einfach zu Ende, wenn das Spiel vorbei ist. Und hat sie das jetzt voll bekommen? Ja. Sie hat jetzt drei Schachspiele gespielt. Ja, perfekt. Dann hat sie da nämlich auch den einen von den beiden Punkten schon durch. Und dieser Floor... Äh, ist noch ein bisschen am Programmieren üben. Ihn können wir dann in einen Fähigkeitspunkt vielleicht noch machen lassen, wenn das nicht allzu lange dauert. Es wäre ganz cool, wenn er das halt schafft, bevor er in die Schule muss. Ähm, denn dann könnte er morgen auch Einsatzschüler werden. Und dann könnten wir ihn auch altern lassen und ausziehen lassen. So. Das wäre dann hiermit geschafft. Und dann können wir auch ihn schlafen lassen. Ich würde mir gerade noch mal durchlesen... Ich kann jetzt Spiele modden. Okay, das... Gut. Das ist alles bei Fähigkeit 3. Alles klar. Dann schicken wir auch ihn ins Bett. Und damit würde ich dann sagen, ähm... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ähm, in der wir dieser Floor altern lassen können. Und, ähm, ja. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Ciao. . Ciao. Ciao.